Hallo und ein kräftiges Mk von mir und von mir dem Begleiter zugeführt ähm Apropos Begleiter wir kommen jetzt ein Brot Neuer Begleiter ich begleite ich bin ich mal das kann nur alleine machen und wie ich schon in den letzten Parts erzählt habe habe ich mich nicht geplant ähm Phantom das Phantom zu nehmen ein ewiges Band statt Hallo ich bin wieder euer Freund ich bin wieder hier also könnt ihr mich nur heim verstehen weil ich ein Roboter bin und so eine Lippelstimme habe Ne Morlin Grüße es die Komet nachdem ich jetzt genug Zeit zur Untersuchung des Kampfspreads hatte du du bereits hattest kann ich dir für jeden eine gute Einschätzung bieten Trotz ihrer nun ja seltsame Erscheinung sind wir zu dem Schluss gekommen dass die des Neustes Spreads nicht für den Kampf geeignet sind sondern durch die Transformation vielleicht noch zu sich verbesserte Fähigkeit haben könnten ich verstehe Morlin äh Quatsch ich werde dir für jeden Kampfspreads eine kurze Zusammenfassung geben angesichts deiner Tapferkeit bei der Rettung dieses Preises hast Spiral Hauquartier dich autorisiert sich mit einem zu verbinden diese Verbindung hält für immer und ist eine nennenswerte Verantwortung bitte denke gründlich danach bevor du deine Zeitung kriegst es gibt kein zurück nachdem du dich einmal entschieden ich verstehe Morlin es sind drei unterschiedliche Kampfspreads verfügbar jedes davon hat unterschiedliche auf die Kräfte reagiert die von dieser Welt ausgestattet bilden und jeder davon bietet eine einzigartige Erfahrung mit Kampf dieses Breit sind der feurige Drakon der leuchtende Surfix und der schattenhafte Maskreis voll geil ich werde jetzt alle alle also von jedem lesen was er sagt erzähl mir etwas über den Drakon der Drakon ist ein Kampfsprite der vorige Zerstörungsart kaputt also eigentlich ist er genau das was ich brauche aber nur gut seine Fähigkeiten konzentrieren sich auf direkte Angriffe vorbald attackt eine Explosive Geschopft Flammenbarriere gibt den Knight mit schüttenden Feuerbällen und Zerreuersturm ertaugt eine massive Flammenbälle der Drakon eignet sich am besten für Furchtlögen Knight stiliter Schnurrung kam von vor der Front bevorzugehen erzähl mir etwas über den anderen Kampfsprites erzähl mir etwas über Suffix äh äh Seraphix der Seraphix ist ein Kampfsprite der Schutt und Genesung verkörpert seine Fähigkeit konzentriert sich darauf Kneizen Kampf zu unterstützen Lichtstahl erzeugt eine durchgängende Strah heilige Licht Herzattacker wird die Chance das Monster Herzen fallen lassen und eine Engelsaura erzeugt ein Schild aus Licht der einige Knight und andere Gruppenmitglieder die sich darunter befinden schützt der Seraphix eignet sich am besten für Knights die in Gruppen schützen und unterstützen wollen erzähl mir etwas über den anderen Kampfsprites erzähl mir etwas über den Maskerite der Maskerite ist eine Kampfsprite der Täuschung und Schwächung verköpft seine Fähigkeit konzentriert sich auf Tricks und Täuschung essen Stacheln Feuer und Giftstacheln ab die explodieren wenn es einer Attacke folgt Schattenmaterial erlaubt es einen Knight für Monster unsichtbar zu werden und verfluchte Nebel erlaubt es den Knight Gegner mit einer zeitgesteuerten Schadenexplode zu versehen Der Maskerite ist ideal für Knights die sich in den Schatten verbergen und ihre Feine mit Überraschungsangebote gehen wollen erzähl mir etwas über den anderen Kampfsprites Nun ja ich nehme den Seraphix Der Seraphix klingt gut wie ein Kampfsprite für mich Du hast dich also für den strahlenden Seraphix entschieden der Kampfsprite ist darin der Gruppen schützen und unterstützen wollen wenn du einmal gewählt hast gibt es kein zurück Ja ich wähle den Seraphix Das bedeutet ich kann dich gut unterstützen Mike und du kannst in Schatten wandeln Gratuliere es die Komet dein Kampfsprite und du sind nun einander gebunden er wird ohne Zweifel ein wertvoller Labor Danke Morlin ich werde mein Bestes tun mich gut um dieses Breits zu kümmern Wir können der Sammler Dreck machen Oh das ist ein Endgegner der Sammler Ich weiß Aber wusstest du wenn du den Sprite fütterst bevor du den Fütterst ne ich hab grad den Fehler gemacht Ganz unten also beim Material ne ja gibts so ein shadow move also m o t e shadow m o t e wenn du ihn damit schütterst da macht er direkt ein Viertel ähm diese dieser Wärme Wo steht das also ich geh auf ganz weit wenn du auf ganz weit gehst und dann ähm siehst du ja rechts äh die Materialien Ja Und dann gehst du äh dann siehst du so ein Dann siehst du irgendwann so ein shadow move äh m o t e Weil Sails, Spark, Shadow, Shadow Mood Ja Shadow Mood Und da drückst du dann drauf und dann fütterst du damit Aber ich glaube bei mir ist das nicht gut ich brauchst du ein Light Mood wahrscheinlich Weiß ich nicht ach so ja stimmt du hast einen anderen stimmt ja ja Aber ich kann dich trotzdem noch schütterst Shadow Mood Ich fütterte den jetzt nochmal mit sowas hier Ich geb dir mal so Light Zeugs Diving Mood kann ich dir mal geben Ja wenn das gut für den ist also da steht ja immer was bevorzugt für den ist Light Chard Soll ich dir bei mir äh bevorzugter Gegenstand äh Shadow Mood Ich hab nur noch einen Shadow Mood Ja ich kann ihn nicht mehr fressen bei mir ist er bis M Ja ich hab dir ja diesen Shadow Mood gegeben bei mir ist er schon über die Hälfte Bei mir auch Äh er kann Sprite Hey sie kann das sein Wie das sein kann ich habe die Hälfte nicht in der Mitte Doch Wer steht da nicht in der Mitte Wer steht da nicht in der Mitte Doch Wer steht da nicht in der Mitte So Heißt ja Dilly Lalalala Lalalala Wollen wir mit der nächsten Mission starten oder Ja Okay Mission der Sammler Ich hab private Gruppe erstellen Joinst du mir bei Ja Das bedeutet wir haben unseren ersten Boss eigentlich Ich dachte eigentlich Diese eine Bestie wäre der erste Boss aber nur gut Dachte ich auch erst Spoiler doch nicht Wir haben den Sammler voll vergessen Ja ich habe ja noch nicht ihren kompletten Namen gesagt Ich hab nur Bestie gesagt Das ist ein Oberbegriff von daher Ähm ich werde jetzt direkt mal meine Waffen ausrüsten Den Hot Age als erste Waffe Ich kann vergiften Und Schutzwaffe natürlich die Frostgun als Hab ich ja gemacht Hier Und hier Ich liebe übrigens den Fire Age Ich bin den richtig geil Mhmmm Fire Megas Äh Ken Nein Äh warte Ah hier ist der Verkäufer noch Cariono Cariono Ken Also Hä Schwert des Feuerbrachens Ja Cariono Ken Ach scheiße Cariono Cariono Ken Und ich weiß jetzt leider nicht was Frostrache heißt Frost nur Schuss Was? Frost nur Gun Haha Deine muss draußen bleiben Dillie komm mit Warte ich will mal kurz messen Ich fühle mich nämlich leicht unterzuckern Meine Mutter fühlt sich unterzuckert Nein meine Mutter hat gar keinen Zucker Ja ich bin behindert Ja ich bin behindert Also die Leute die dachten Wie kann der behindert sagen Bei äh Der letzten Folge von Cry Affair Apropos Cry Affair müssen wir gleich auch noch aufnehmen Ich und Mike stehen einfach nur blöd da Wobei ich bin ja schon da und er nicht Jetzt ist er da Hallo Hallo Wie der mich eiskalt ignoriert Beste do Hast du mich nicht bemerkt? Ne Beste do Ob ich dann wirklich richtig unverschbar werden Ich bin unterzugert ich bin auf Gott weg Sorry Leute Oho Du übernimmst mal kurz die Moderation Ueli Was ist das? Tja Schmiedmann auch schnell So Shadows Shadows move hier ist weg schief die unerwartung ist nur eine hohe konzentration von mir bei deiner position unten stellen soll ja genau während deine reisen durch das uhrwerk wirst du auf fünf spezielle mineralen stoßen um so nicht und und das greifen ein mineral an um es zu einer größe zu schlagen die tragen kannst nun du kannst immer nur ein stück tragen aber du kannst es austauschen indem du ein anderes aufhebst suche nach den größten schönsten stück das zu finden kannst die sind am wertvollsten sobald du den transport erreicht wird das mineral das du trägst für spätere nutzungen in dein arsenal einviert danke dass du mir ein grünes also transferiert jeder in der gruppe erhält mineralen der anderen also gibt es keinen grund zu streiten wird das beste kommt werden der radien werden dazu verwendet wird futter im labor herzustellen zwei tut er ist für die wicht entwicklung eines zweites sehr wichtig also schnapp hier die mineralen wenn du sie siehst klingt toll das bedeutet wir brauchen halt staub wir brauchen lilan und gelbe wie sie lilan da waren gar keine nur gelber für mich ja er wird auch gelbe mit dir zu tun Licht wo bist du vielleicht von sind aber ich wissen dass denn viel nicht das ist klar hey haben die doch sogar gesagt habe ich nicht zugehört ja stimmt du du hast nicht durch ne jetzt bei du hast du gar nicht durch wir nehmen jetzt bin ich wenn ich privat spiele interessiert mich ein scheißdreck was der typ labert in dem motto ne ja heils maul was labert der da aber das vergiftet ich hätte auch vergiftet ich weiß ich weiß Karriere nur Karriere nur Läger des Feuer drachen zeigt verdünft alles da No kommen das lasse ich nicht zu los lightning shot katzenkotzen ja das habe ich gestern auch die ganze zeit gesagt jetzt haben wir das vorgestern oder gestern keine ahnung jedenfalls ich habe die ganze zeit gesagt anstatt Katzenkotze Katze 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 die ganze Zeit ich so Katze Katze ich meine Katzenkotze den Angriffen haben total verkackt und das tut ja immer noch zwei Prozent 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 der nirren Leben kennen geht leider nicht hast kein ja ich habe ihn getötet obwohl du dir die Mühe gemacht hast haha müssen da lang oh ich hatte die Sitzung da lang wollte ich nur verarschen heilend am Arsch geht kacken jungen eigentlich hättest du gerade die ganze Zeit Chance gab es war eingefroren und vergiftet wir sind gemein wir sind gemeingefährlich ja gib mir einen Schatz Spaß die uff that auf die Kl animiert können was und um Keine Ahnung. Ah, ein Herz. So, ich hab so'n Schnelligkeitsteil, ne? Ja! Aha! Schiller zu! Aus dem Schiller zu! Hab' alle einfach getroffen. Bist voll gemein. Gemeingefährlich bist du. Lalalalala 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 Lass mal's auch gucken. Lalalalala Ich hab's auch. White Story ist ja gar nicht so uninteressant. tonight di, d, d d, 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 e e, d, e d, e, d- d, d, e wir ja immer so bei der hälfte aufhören weil die so lang sind ja denke ich auch und gehst du hinten geht es weiter weiter sagst du mir ist ja nicht waschen der gestern sowohl wird und was tut er erwischt ich habe hier noch ein paar crowns was da gibt's crowns und ein bisschen wärme und ein bisschen wärme ich komme sofort welche wärme ja ich nenne nichts spaß nicht jetzt kann ich draußen wir haben und stört nein das ist meiner bei der das für die andere getaubt schon die andere gezündet hätte alles bleiben lasst es bleiben ich bin nur vergiftet ich brauche du brauchst rot dann brauchst du gar nicht was nieder hier ist nichts für uns egal ist damit trotzdem schon im blutig im blauen mit in groß hallo das ist mein großer ich hab's doch schon großen ok groß lightning jedes grünen ich hab einen gelben an lightning ja das hab ich gar nicht gemerkt immer diese dusel das ist der cousin von donald duck auch ich hab so viele entenhausen bücher die muss ich mal wieder lesen ne nein musst du gar nicht doch schon schön familienfreundlich ja brauche ich auch gerade wo du hingehen wolltest gegen die wand haben wir noch gesehen wo hier oder da zur Seite ne ja da sind auch feinde da sind auch feinde nicht mehr von die crowns papis ihr scheiß papis hier da die crowns sich verschwinden ist es eigentlich egal weil nur ich will sie halt haben das ist wichtig ich steh mich nicht im weg wird man ich bin dumm ich stell die ganze zeit da drin aber ja ich hab's gesehen nicht ja ich steh mich einfach mal so ein Stacheln ja macht ja nichts das läuft ja gar nichts was sind da ich ignoriert die sind so schwere Gegner und dann geben sie nichts also schwer ist die sind sie eigentlich nicht ja aber sie sind kompliziert als die anderen ja wenn man warten muss ja und nervig sind sie auch kommt mal her ihr blöden Retroids hier sind die crowns ja ich komm gleich ich weiß gar nicht wo du bist guck auf die Karte ok jetzt weiß ich wo du bist ich benutze die Karte eigentlich nie ich bin immer seh dich wo wärme wärme ist das ich finde wärme ist hier das Wichtigste dann komm es kommt hey wie steht denn blöd darum ha ich war sah stimmt gar nicht nein oh das sieht nach dem Papi aus sieht so aus nach dem Gang Papi und nach dieser Folge äh nach dieser Mission hören wir wieder auf und dann machen wir und dann machen wir ja noch eine ne noch zwei machen wir noch zwei müssen wir machen nächste Woche übernächste hast du schon meinen geilen Drachenhelm gesehen? das ist doch cool oder? welchen Drachenhelm? den kannst du auch haben cool den haben wir nämlich aufgenommen ne den haben wir bekommen für irgendeine Mission also ich erkannt ein FPS warum auch immer ja ich hab grad 5 ich weiß nicht wieso aber ich kann naja wenigstens kann ich mein Schild und so aufleveln level was auch immer shadow smooth level 5 5 schon ich level jetzt auch mal mein Kampf sprite ähm quatsch hier geht das ja gar nicht nicht dumm ja ich bin manchmal dumm echt ey ähm hallo? soll die scheiße? dili hä? wieso kann ich denn jetzt nicht füttern? weil es geht nur in der Stadt scheiße weißt du doch doch wusst du grad immer auch nicht ja doch hä? wusstest du das nicht? eigentlich musstest du das wissen ach stimmt ja ja mir fällt grad auf also mir fällt sich grad auf sondern mir fällt grad einer sich wusste ja ich hab ein doppelt so stark angriff wie normal wow ist das mit geister level? könnte sein aber ich glaub dass er ein mechanisches level ja sieht auch aus hier sind die ganze normalen mechanischen Monster oh ne oh ne ja ich hab grad fast meinen dili bekämpft nur äh mein eigenes Tier äh begleiter ist ja nicht einfach nur ein Tier ich muss ja ein lilanes mitnehmen sind da auch gelbe? nein muss vor ok geht nicht doch wie denn stellst ein Schwanz ab und was erklär ich nicht wie schneller als ein Schwanz sein hast du grad gesagt? nein ich hab gesagt schnellst den Schwanz ab und schneller und weiter erkläre ich nicht die was hab ich die Vasen sonst genommen? eigentlich nicht Feinde kommt nur her ich werfe euch mit Vasen oder traf daneben hallo Teilern Teilern was ist Teilen? ja merke ich gerade ich weiß was es gibt Piss dich du A sozialer nicht B sozialer der macht der macht nen Reib ich sag teilen er sagt macht teilen also Piss dich ey bist du flammable? bist du ganz very flammable oder? auch Spaß ja er ist very flammable komm mal bist du very flammable du bist very flammable oh Papis Papis cool was ist das? ich will das ich will das von Kornbirn 나 Ihr seid mir im weg rrrr .. ihr verdammt aber sieht ah die kleinen bücher er brennt vor leidenschaft viel spaß am lesen er brennt vor leidenschaft und du auch ich kann kaum etwas sehen die spieler quartier geschickt uns zu retten ja aber kannst du mir sagen was passiert ist man rettungstrupp ist im hinterhalt einer meinten mechanischen monstrosität geraten wir haben keine chance ich bin bevor das so herr gerechtzeitig aufgetaucht wer ist dann ich weiß nicht was ich so ausgetan hätte schafft ihr es zurück nach heaven ich denke schon wir haben versuchen wir uns herauszuschleichen aber sei vorsichtig was immer auch da uns da draußen erwischt hat ist noch da und bewacht ein große kiss und gefangenen kam es bereits und wenn du warst es zu bekämpfen hätte seinen tödlichen storm an kreifen gut herr ja ich würde dort da kann man auch für den frott zu raschen ich war schon nicht ich laufe warte mal auch nicht bitte hallo mechi meiner wie wäre es mit einer kleinen kotzenkatze oder vergiftung ist noch die die clown ich rasche schon mal vor schon mal schon paring bing 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 du benutze die klar ja gar nicht doch ein bisschen benutzt immer für weit kampfgegner äh wenn halte es mal offen geht nicht da werde ich angegriffen junge ja nur kurz jetzt wir gehen mal drauf hallo so nur kurz damit durchgehen kann doch nicht die stehen im weg mann n ich dachte eigentlich die stadt und steht gar keine so riesen spaß also ich du sondern diese riesen spaß hier erklärt sich glaube ich von alleine komm schon nicht lang schon gut ich will gerade was also ich will gerade die stadt die wir brauchen die kann ich auch nicht angreifen scheiße scheiß papis wer ist voll geil wenn ich mich wieder unsichtbar machen kann ich finde es geil dass ich alle unterstützen kann und schützen kann da guck ich kann nicht und mich dann schützen und ich auch irgendwie wie kann schützen ja ja ich kann schützen meine katze kann schützen das ist nicht gelesen nein immer noch dann ist es deine schulde aber du hättest wir doch wenigstens zuhören können ja hätte ich stimmt er hat ja seine mega explosion die weg die weg mit deinem bomben alter ja ja heiß explodierende komische ist kristall steine aufer das über zu verteilen wer ist schnell bin ja dabei aber meine waffe kommt irgendwie nicht raus können diese scheren sich macht neun ich furze vor pech alter verpiss dich keine lust auf dich ach wer mega explosion ach scheiß missgebot aber wir können noch angreifen wir können noch angreifen ja wir können immer angreifen okay kein schaden machen doch es sind immer schaden machen okay ich dachte immer nur noch den mega explosion das war bei diesen es war ja bei der katze bei biet die normale kam sprites hallo kumglau 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 ich glaube die werden zu die roten werden glaube ich zum brachen frost barriere dark matter light charge moonstone k k park mark verraten weiter verfolgen m schweiler gab wenden wir auch direkt mal ne und wir sind direkt knappe geworden Und Tschüss. Tschüss.